Wie geil hart das klingt, Johan, Mr. Han. Das ist ein geiler Typ. Das klingt richtig cool. Das klingt auch richtig aggressiv. Das klingt echt wie so ein bisschen eine Mischung aus Korn und Marilyn Manson. Aber trotzdem noch Linke Park Vibe mäßig. Das ist geil. Das klingt richtig geil, feier ich. Ich finde es auch einfach mega cool, dass er so ein Spotlight auf sich hat. Das sieht richtig fresh aus. Das klingt richtig cool. Das klingt richtig cool. Ey, das ist heftig. Es ist auch heftig, dass Colin hier noch mit den Drums mitspielt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.